ja und auch und so wie er ich will auch sein gut okay und sie ist ein Teil und sie hat noch als sich aus aus und die Umgebung du bist jetzt wieder hin und so die Karte ist doch schon das Volk zu haben ja aber ich möchte lesen Worte okay 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 nein es kommt noch mehr auch wenn okay ich bin und wo auch morgen und das ist nicht in Ruhe erst die Bühne von Stuttgart die Lager Koppel Frau von Stuttgart mehr okay okay und grüßende Hesitlein und für die Koppelvielfurt Lühe ja auch diese Läge Künstler und sohn oder und schon die viele Bord von dem noch kommen Gott ich geht ich schaue ich in die Branche nein ich möchte das noch wohl immer sonst so wie die St die St die St die St ich will zeig uns einfach mal schnell den Text, wir können die selbe lesen okay, Elise Stand on the negative ground sending charge in 10 seconds charging da kann niemand mehr, was soll ich machen? wir müssen hier auf einen Ort stehen was? innen Ort? ja, schau, wir müssen hier auf diese Platten stehen, geh auf den anderen Ort ja, nein, sie sind keine Platten ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot ich bin tot, ich bin tot du musst auch, nein, sie sind keine Platten, aber es ist dieser Boden, da musst du draufstehen, wenn du da draufstehst, dass ich diese negativ ja, da muss ich negativ da musst du draufbleiben okay, ich bin drauf und muss das, oh mein Gott was ist passiert? keine Ahnung oh man nur sehr oh, ich bin fast ich bin tot, also wir müssen da eine Weile du bist fast tot, ich greif dich gerade niemand an wir müssen eine Weile darauf strecken okay, ich bin tot ja, eine Weile sonst geht das zu du hilfst mir kurz, und ich renn mal auf die ok, ich komme auch ach, das ist jetzt negativ siehst du eben ähm ja, und weiter Nein, du steht dort nicht drauf, geh weg, weil wir nur auf Negativ stehen müssen. Äh, Negativ, hallo. Oh man. Okay. Standard Negativ Ground Sending, George in 10 Sekunden. Jetzt geh mal nicht drauf. Ich glaube, jetzt sind wir in der Position gekommen. George in 3, 2, 1. Ja. Was? Oh, wieso geht das nicht? Okay, ich hab keine Ahnung. Also, ich bin jetzt auf Negativ, das ist ein Minus. Wegen? Ja. Ich bleibe jetzt einfach mal hier. Vielleicht ist es bei dir auch so. Good job, endlich. Jetzt werden wir wieder Zombies kommen, glaube ich. Jetzt sind wir bei... Oh, das war SDS der Weg von 4, oder was? Okay, du musst jetzt auf Plus stehen, ne? Okay, ich bin nach Plus, ich bin nach Plus, ich bin nach Plus. Ich bin nach Plus. Ich bin nach Plus. Ich bin nach Plus. Ich muss auf das gelbe Zeug gestiegen, oder? Ja, einfach so in der Mitte, oder? Cool, wir haben jetzt 2.4. Okay, was müssen wir? Ja, wir haben nicht schon alle zum bis vor schon... Äh, jetzt müssen wir beide auf Negativ und auf Plus stehen. Okay. Ich bin auch so ein Helm. Boah, ich bin nach Mediterranean zu Syrien. Ja, ich binh. Du musst du auch positiv stehen. So. So, komm ich jetzt auch noch einmal treffen! Oh, Achtung, jetzt kommen wir wieder Zombies. er wird es schon wie das ist ein oder im Ort zum liebte er hat er hat er macht das an die in einem Stamm wo wird es auch schon und sei ja doch dass sie durch die Glocken nicht bemerkt der Externe die Vorlesen die Vorbauts die X Stattenswert was ist ein ist ein Zerr unter dem wurden und er hatte ich dann jemanden schütt so was hat was hat er ein Kettensäge denn das ist ein normales Timon das ist hin das ist wie ein Buch auch das ist es doch gar kein Demonstrationen weil es ist es ist wohl eben auch eine Kettensäge Oko also und das ist ihnen eine Notiz die Dome von der Geschichte die Hälschung können wir jetzt irgendwo hier ach warte das ist eine Hockey und ich muss hier irgendein Holz wegschneiden ah ja dort ist es ja logisch dort ja hier hier ist es Holz ach ich dachte eben es ist es ist eben doch kein jemanden Schwert wenn ich jetzt nachdenke wird das wahrscheinlich genau und da und und jetzt ist es gut also da ist es doch das ist auch die ich ich habe und durchsetzen durchsetzen die Prozent und das genau heißt und so weiter Feuer und Lava wenn ich jetzt nicht freue das war jetzt lustig aber ja ähm eben hier müssen wir wieder draußen bleiben das heißt dass wir reingehen ähm Denkst du, das geht wieder auf wie? dann müssen, äh, warte, wir müssen wahrscheinlich auch wieder gleichzeiten ähm eins, zwei, drei und? dann nochmal, nochmal, nochmal eins, zwei, drei geht mal wo ist das gekommen? ähm, dort hinten sind glaube ich Pisten ach, die kommen raus, glaube ich, wenn ähm wenn ihr hier die Pisten ist, geh mal dort rein darfst du das weg? nein, das ist kein Holz, oder? das ist kein Holz, nein also warte, bleib doch kurz, einfach mal zum schauen ja nein und der ist da doch, jetzt schon, da ist der jetzt aufgekommen dann drück noch mal oh, jetzt, jetzt ist da, jetzt ist da jetzt ist da, komm, komm okay so, oh nein noch einer, noch einer, noch einer ist so noch einer? äh, hier ist eine Führung, oder? hä? was soll das? geht es jetzt weiter? ähm, vielleicht ist dort jetzt die Dinge und dort ist sie komisch ja, das ist noch zu äh 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 zum ich habe es kann es wird noch mehr wir müssen noch mehr ja, wir kommen 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 noch mehr ja, dann schauen wir mal ja, dann schauen wir mal also, am Schluss machen wir noch das Ganze nicht mal kaputt ja, wir sind noch mal kaputt okay, was, noch mal noch mal gleichzeit was, wie heißt, wir sind fertig am Kissen noch? oh nein, mach zuerst die 2 jetzt habe ich es mach zuerst die 2 dann geht ihr das auf und jetzt mach die 1 wow ja, wenn ich nicht die ganze Zeit jetzt machen wir die 1 dann geht es hier ja, wie ich gedacht habe dann geht hier die Tür zu und ich kann hier rauf ich wünsche mir Glück okay, schauen wir mal aus dazu also hat es wieder... oh nein, du musst noch mal die 2 drücken ja, dort hat es ein paar Zombies okay okay okay, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot die circumstance doch nicht okay, jetzt musst du wieder die 1 drücken warte ich, ähm, til warte ich, of course nämlich stanna da bitte noch nix einfach nicht da bitte noch nix du passt klar isst sehr wichtig Eben, ich habe vor die ganze Zeit... Ach, der schaut zu mir, oder? Das sind mehrere? Ja, ich dachte, das wäre eine. Okay, wieder die zwei. Okay, so. Wow! Ah, der kommt auch wieder ganz rein. Okay, ich drücke jetzt den Schalter. Ja. Dort ist nicht... Red Door. Ach, das ist da unten, jetzt kannst du mal runterkommen. Ich kann ihn nicht. Warte, du musst wieder alles drücken. Die eins du hast. Ja, warte. Oh, du könntest mal mal ein paar Tränke gehen. Das war eine Frau, das war eine Glasflasche. Ja, trotzdem. Was die zwei? Ja, das ist die zwei. Nein, die eins. Okay, die zwei. So. Nö, sie wird hier eins. Und jetzt bist du gut, ne? Jetzt die zwei. Komm schon, sie raus. Komm schon, sie raus. So. Okay, jetzt muss ich noch mal reingehen. Hä, ich? Was? Ich muss noch mal reingehen. Was? Ich muss noch mal reingehen. Was? Diese Tür ist aufgekommen. Aha, loben. Fire Protection Equipment. Oh, cool. Oh, jetzt müssen wir doch das Laberschwimmen. Ja, und Feuer ist es, dann haben wir hier auch. Also, holst du mal alles? Die Rüstungen sind eigentlich, und... Gehst du mir mal schon alles? Komm doch kurz. Ach so, okay. Ich nehme einfach mal alles mit. Ich nehme 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 mal alles mit. Also, es gibt eine ganze Rüstung für uns beide. Äh, da, okay, komm, komm, gehen wir mal kurz raus. Das ist noch raffiniert, so mit den verschiedenen... Ja, komm, komm. Okay. Okay. Wahrscheinlich müssen wir ziemlich viel filmen, weil sonst bräuchten wir die Rüstung nicht. Äh, was fehlt ihr noch? Ach, die einen Einfluss. Ja. Okay, dann, leg mal die andere Rüstung ab, und zieh die mal an. Achtung, Achtung, Achtung. Sieht geil aus. Äh, nein. Warte, Gott, okay, warte. Äh, ah, hallo. Das sieht geil aus. Äh, hast du mir noch ein paar Feuer, danke? Ja, genau. Ähm, es gibt glaub... Warte, jetzt hab ich hier... Wo hab ich viele Gesinnheitsdenk? Feuer ist denn, es gibt's glaub drei für jeden von uns. Nein, zwei. Das weiss ich nicht. Nein, also eins, zwei... Das ist... Ich lass dich mal kurz erzählen. Äh... Oh, 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 nein, 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 nein. Okay. Also, ähm... Ich kann dir auch noch ein paar Tränke geben. Oh, das sind acht Minuten, das müssen wir wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Komm. Vielleicht schon, vielleicht müssen wir ziemlich viel gehen, aber schau mal, ich kann dir noch ein paar Tränke geben. Ah, ja, warte. Okay, das reicht. Also die kann man überhaupt nicht. Das reicht, das reicht. Oh, glaubst du essen da? Nein, nein, ich hab die nicht. Ach, dann halt die nicht. Du hast vorausgegeben gewünscht. Ähm, warte, ich trink... Äh, das... Einfach, dann. Ein schönes Garten-Geräusch. Ja, das... Das ist einfach schön. Oh, warte, vielleicht kann ich da in die Lava-Lightning rein. Ach, das ist doch einfach... Ach, gar nicht was... Schade kann ich nicht. So, das ist doch echt schön warm. Und... Es wäre noch kurz, wenn es das in echt geben würde. Ja, na ja. Da durch Lara kurz schwimmen. Ja, extrem viel durch Lara. Ähm... Ja, okay, ich glaube, die Rüstung ist auch unnötig gewesen. Wo ist das gelangt? Okay, okay. Äh, wollen wir die andere Rüstung wieder umziehen? Wollen wir die andere Rüstung wieder umziehen? Nein, nein. Ich glaube, es kommt noch mal hin. Äh, lassen wir es mal. Oder vielleicht noch... Komm, wir... Wir ziehen jetzt noch mal kurz raus. Ja, stimmt auch. Okay, äh, soll es mal drücken? Ähm... Soll es mal drücken? Ja, mach mal. Was passiert? You do weapon armory. Irgendeine Waffe. Äh, cool, schauen wir uns. Das ist ein Computer. Ach, schau mal dort hinten. Das Teil da ist... Geht jetzt an und raus. Ach, zu Hälfte. Schau mal. Beide an. Nein. Geht, geh, steh einfach. Das... Warte Gott, ich snagge er diesen. Okay. 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 Also... The tentacles that holds the core can be destroyed with the flames? What? Hat jemand von uns einen Flamethrower, oder seinen Flammenwerfer, bekommen? Äh, nein. Das ist nicht. Das ist nicht... Cause Flush... Also, wir brauchen einen Flammenwerfer. Aber wo sollen wir denn bekommen? Äh, das war wahrscheinlich die Waffe, aber... Das sehe ich. Geht aber nicht. Geht aber nicht. Also... Deswegen... Du hast nichts in dem Fall. Ich nicht. Und du? Vielleicht sich die eigentlich gar nicht hier auf. Ja, komisch. Also wir brauchen... Wir müssen jetzt... Hier bitte ist eine Tür. Hier ist eine Tür. Außer, die Rüstung war wirklich unmöglich. Ja, wir haben noch 5 Minuten Feuerresistenz. Also... Also diese Türen sind alle noch zu, auch. Also diese Türen sind alle noch zu, auch. Dort ist die Tür auch noch zu. Äh... Boah, Mann. Oh, die Tür hier ist jetzt offen. Ja. Ah, okay. Oh, man schwimmt so langsam durch Lava. Und jetzt brenne ich auch noch die ganze Zeit. Oh, warte. Oh. Das ist doch gut. Oh, man sieht so wenig mit den Flammen. Wo? Wo? Komm, wir müssen doch... Ach, noch einmal. Da ist alles. Ach ja, hier ist die Kiste. Ne, ich... Ne, 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 mal kurz. Und... Ja, ein Pfeil. Ja, wir haben hier schon gemütet. Flamme 1 und unendlich kein... Oh, okay. Also... Wolltest du wissen, was sie nicht irgendwelchen Meter Rack abschließen, dass es irgendwo anbrennt? Oder sonst irgendetwas Brennbares? Ja, eben nicht mehr. Aber... Aber was ist das? Was müssen wir jetzt genau abschließen? Achso, die... Achso, da... Schau mal... Warte kurz, die... Ach, schau mal, dass es... Siehst du das blaue dort? Ja. Schiesst das mal ab? Oder es gab TNT. Ich glaube, das schiesse ich mal... Hier. Ja, ist es. Den wollte ich abschießen. Okay, dann schiesse ich den da ab. Schieb so ab. Okay, dann habe ich jetzt auch... Wunderful. Und jetzt... Wo? Achso, hier. Halt, halt. Nein. Okay. Ähm... Und jetzt soll das eigen... Woah. Woah. Ja, genau. Genau, jetzt ist das ganze... Aber jetzt sind wir wieder irgendwo hin teleportiert. The core is down. What's inside us? Wir müssen jetzt reingehen. Komm mal hier runter. Ach, cool. Wo bist du? Komm hier unten rein. Hier steht Core S's. Aha, hier? Ja, ganz unten. Okay. Okay. Ähm... Warte, ich muss schauen, ob hier das... Ja, komm. Das schäbt da... Warte, ich... 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 Ja. Auf den Energy Drinker nicht nach vorne. Ja. Bevor jetzt ein Kip auf den Soßen... Nein, nee, nicht. Okay, ähm... Bist du bereit? Äh, nein. Okay, ich bin bereit. Okay. Okay. Disarming the core has 50... Posting chance to fail. We can still run away. Okay, nochmal. Okay. Ach so, wir müssen weg. Wohin? 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 Ähm... Wohin? Sag mal. Ach so, jetzt... Warte. Jetzt ist es offen. Jetzt ist es offen, genau. Du bist ein Kurs die Sarmat. Du musst jetzt wegstellen. Was? Sarmat legst du die Person. Dann ist die Person raus. Zurück zum Helikopter. Wir müssen weg gehen. Ja. Ach, wir müssen weg. Komm. Wo ist der Helikopter? Ich weiß, ich... Ach, da ist er. Da ist er. Da steht er... und wartet auf uns. Ey! Hey! Ich hab immer noch Fotos. Oh cool! Hey! Ich bin eben reingegangen. Oh, wir sind jetzt hier drin. Oh, ending. Your team has useful support for the next nuclear power plant. But your story doesn't end here. Stay tuned. Subscribe youtube.com slash hypixel. Ja, so, das... Ja, wir sind jetzt hier beim Ende angelangt. Und ich sehe dich nicht mehr komischerweise? Ich sehe dich nicht mehr komischerweise? Ah, ich sehe. Aber... Ja. Nein, komm. Okay, ich sehe dich manchmal nicht mehr egal. Ja, also, das ist die Map Zombie Apocalypse. Apocalypse, ja, und sowas. Und ja, eben hier am besten hier Teilpixel auf YouTube. Der hat auch schon viele andere Adventure Maps gebaut. Und baut wirklich mega coole Sachen. Und ähm... Er... Ja, also hier mit der ganzen Map. Und... Mit den ganzen Zombies und alles. Es ist echt gut gemacht. Und ich kann euch auch noch sagen, vielleicht habt ihr von der Map... Herobrine's Mansion oder... Wrath of the Fallen gehört. Also, echt super Adventure Maps von Hypixel. Und ja, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Hier mit ähm... Ein bisschen Golden Apple, der gerade alles Mögliche ausspuckt. Und... Ja, dann würde ich mal sagen... Wir enden hier auch schon. Wir haben hier erfolgreich die... Ach ja, genau, die Zombie Apocalypse verhindert. Und... Dann... Wäre dieses Video auch schon beendet. Und... Dann auch schon bis zum nächsten Mal. Sag tschau. Bye bye. Nochmal. Nein. Doch. Nein. Okay, klar. Komm schon. Doch. Okay. Also, bis zum nächsten Mal. Und... Ja, also, tschüss.